Kurz aus dem Zeh raus. Oh, das ist ein Zehblock, mein Tempel, ich hab ihn ja so aus dem Dinger geholt. Oh mein Gott, mein Handy klingelt einfach mal. Keine Ahnung warum. Ohne Witz, er war glaube ich so bei einem HP. Der ist One Shot, jetzt nicht mehr, jetzt ist er tot. Gun Game. Gun Game. Gun Game. Sagt doch ProMWZ immer. Gun Game. Gun Game. Ja warte. Gun Game. Gun Game. Gun Game. Gun Game. Hey Box, was geht? Oben ist einer drinnen, Leute. Oh oh. Ich bin auch auf einem guten Weg, ich schaff das heute. Ich schaff das. Was ist der? So. Wie viele Leute wir sind? 5 glaube ich. 4. 4. Wir sind 4, spielen wir wie 8. Aladin. Den Orbi würde ich sowas von nehmen. Nein. Ich bin bei 25, er kommt mit der Shiva Vollmantel. Was ist das für eine Klasse. Digga, es wäre die erste Nuke gewesen, erste Runde. Easy. Brooklyn, das wäre unser erster Nuke gewesen. Warum machst du das mit mir? Es war so knapp 25. Miguel, Hallöchen. Also einer kann glaube ich gerne noch mitspielen. 6 Mann wollen wir glaube ich alle nicht. Das Problem bei 6 ist halt immer, Jungs, müsst ihr verstehen, du findest kaum noch eine Lobby. Beziehungsweise alle quitten, ja. Hör auf mit 19er, ich war bei 25. Ich habe Drohne, Konterdrohne, Geschütz. Ich habe gedacht bei 5 Mann brauche ich keinen Orbi. Oh. Janik, Hallöchen. Du kannst gerne mitmachen, ist ja gestern versprochen. Gar kein Problem. Ach, das hat nichts mit Erspiel. Leute, wir können auch durchswitchen. Jeder von euch kann 1-2 Runden mitspielen. Überhaupt kein Stress. Gerne ein Like auf dem Streamen lassen. Vielen, vielen Dank. Oh, 25 Alter. Und dann kommen da bei Broken Top Wide. Irgendwie 6 Leute am Walride. Und mein scheiß Magazin hat einfach nur 30 Schuss. Hä 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 Wollte sie auf A oder auf C haben? Oh, schade. Argus, Hallöchen. Heute ist wieder Scheppern. Das hast du richtig gesehen. Da ist ja noch einer. Das habe ich gar nicht gesehen. Er lacht da einfach oben, hat seine Schwebeladung irgendwie gelenkt. Gamer Christo. Schwebeladung Drohne. Was für Perks. Hast du einen Scaff? Ja, habe ich. Und seit gestern ein Nagel 9. Video gerne abchecken, wenn du Bock hast. Das Hüpp... Was habe ich? Ich habe so Bock zu zocken. Ich weiß, ich habe eben ein Pro-Mbz-Video gesehen und das brennt sich jedes Mal ein. Jedes Mal, er sagt ja auch immer, go on the way, motherfucker, nigga. Sein Kanal wurde ja dreifach gestrikt, deswegen. Ja, war richtig behindert, was du nicht mal zusammen spielen kannst. Nicht zäh nehmen, nicht zäh nehmen, nicht zäh nehmen. Ah, wofür? Na, wer will wir die Vorräte hier haben von denen? Bestimmt irgendeiner. Habt ihr ein Geschütz für A? Hey, Eistee, grüß dich. Marcel, hallöchen. Gun Game. Oh mein Gott, dieser Controller ist so porno. Oh mein Gott. Ich habe nicht ein, nicht zwei, nicht drei. Ich habe fünf Orgasmen gleichzeitig damit. Er versteckt sich so hart in der Ecke da. Ups. Oh. Ich schaffe die Double Nuke noch. Nein, 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 nein. Ah. Double Nuke fail, erste Runde. Was geht? Ei, Ei und Ei und sowas dran, oder was? Hahaha. Gun Game. Oh, oh, oh. Scheppi macht gleich die 100 plus in der ersten Runde. Digga, wie er auf jedem drauf ist. Hahaha.